Am Anfang war das Feuer. Der erste Funke, der alles ins Rollen brachte. Geniale Geistesblitze. Bahnbrechende Ideen. Innovative Produkte. Der Auftakt zu vielen wegweisenden Erfindungen. Eine neue Ära bricht an. Sind Sie bereit? Durchgehender, robuster Rahmen. Integrierter Frontkraftheber und integrierte Frontzapfwelle. Geräumige, übersichtliche Kabine. Intuitive Bedienelemente. Hervorragendes Leistungsgewicht. Dieselmotor gemäß Abgasstufe 3b ohne Zusatzstoffe. Der neue 6R Traktor. Willkommen in der technologischen Spitzenklasse. Sind Sie bereit? Die 6R Traktoren von John Deere besitzen einen schadstoffarmen Motor mit Dieselpartikelfilter. Dadurch erfüllen sie die neuesten Abgasvorschriften ohne Leistungseinbußen oder zusätzlichen Wartungsaufwand. Dahinter steckt unsere bewährte Powertech plus Motorentechnik, die vollständig auf Additive verzichtet. Alles, was Sie nachfüllen müssen, ist Diesel. Und selbst das zum Glück nur Sinn. Der Dieselpartikelfilter hält die Abgase frei von schädlichem Feinstaub. Und da er selbstreinigend ist, brauchen Sie sich auch über die Wartung keine Gedanken zu machen. Sind Sie bereit für Green Efficiency? Der 6R Traktor von John Deere ist eine hochbelastbare und ausgesprochen zuverlässige Maschine. Sein kompakter, durchgehender Brückenstahlrahmen gibt ihm die nötige Stabilität für schwerste Zug-, Hub- und Zapfwellenarbeiten. In Verbindung mit seiner optimierten Hydraulik wird der 6R zum unschlagbaren Multitalent. Darüber hinaus sorgt seine TLS-Vorderachsfederung für unvergleichlichen Fahrkomfort und beste Stabilität in jeder Lage. Sind Sie bereit für harte Feldeinsätze? Nehmen Sie Platz in unserem neuen 6R und genießen Sie die einmalige Rundumsicht. Seine großflächige Verglasung und das optionale Glasdach bieten Ihnen ein um 30% größeres Sichtfeld. Für noch mehr Komfort erhalten Sie den 6R auf Wunsch jetzt auch mit unserer neuen hydraulischen Kabinenfederung. Mit der 360 Grad Ausleuchtung machen Sie die Nacht zum Tag. Ganz zu schweigen vom modernen Design des neuen 6R, das alle Blicke auf sich zieht. Sind Sie bereit für maximale Rundumsicht? Die längere und breitere Kabine der 6R-Traktoren bieten Ihnen jetzt noch mehr Platz. Dazu erleichtern Ihnen größere Türen das Ein- und Aussteigen. Alle Displays und Bedienelemente wurden optimiert. Perfekt einsehbar und leicht verständlich ermöglichen Sie eine intuitive Bedienung und kinderleichte Einstellungen. Sogar eine Videofunktion ist vorhanden, die bei Bedarf automatisch angesteuert wird. Der integrierte Monitor unterstützt Autotrack und Sprayer Pro. Damit ermöglicht Ihnen der 6R eine hochpräzise Lenkautomatik und intelligenten Pflanzenschutz. Und dank des kraftvollen Audiosystems wird Ihre Kabine zum Konzertsaal. So macht Arbeiten Spaß. Sind Sie bereit für optimalen Bedienkomfort und Automation? Wie alle John Deere Maschinen überzeugt auch der 6R durch herausragende Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Spitzentechnologie. Mit diesem verlässlichen Traktor kennen Sie keine Ausfallzeiten. John Deere Landmaschinen beeindrucken durch ihre Premiumverarbeitung auf PKW-Uberklassen-Niveau. Vor Verlassen des Werks wird jeder einzelne Traktor strengsten Qualitätskontrollen unterzogen. Und sollten Sie fachmännischen Service oder Ersatzteile benötigen, ist es gut zu wissen, dass Ihr John Deere Vertriebspartner schnell erreichbar und kompetent zur Stelle ist. Sind Sie bereit für erstklassige Qualität? Ein innovativer Alleskönner. Der neue John Deere 6R. 50% Evolution. 50% Revolution. 100% John Deere. Sind Sie bereit? 100% Untertitelung des ZDF für funk, 2017